Lesbarkeit von Tabellen mithilfe des Tabellenformats erhöhen In PowerPoint kann man das aussehen und gleichzeitig die Lesbarkeit einer Tabelle auf recht einfache Weise optimieren. Fügen Sie eine Tabelle ein, indem Sie Einfügend Tabelle wählen und mit der Maus die Anzahl der Zeilen und Spalten aufziehen. Wählen Sie in der Gruppe Tabellenformatvorlagen eine passende Vorlage aus. In der Gruppe Optionen für Tabellenformat finden Sie die wichtigsten Optionen zum Ändern des Aussehens der Tabelle. Durch Aktivieren von Überschrift wird die erste Zeile der Tabelle hervorgehoben, durch Aktivieren von Ergebniszeile die letzte Zeile. Verbundene Zeilen hebt jede zweite Zeile farbig hervor, verbundene Spalten jede zweite Spalte. Und erste Spalte bzw. letzte Spalte hebt die erste bzw. letzte Spalte einer Tabelle hervor.